Oh Leute, was ein Tag gestern, nicht nur Pump Bitcoin um über 1000 Punkte binnen kürzester Zeit nach Veröffentlichung der Inflationszahlen, denn diese sinken auf 8,5% die Prognose wurde unterboten, die Inflation in den USA ist gesunken, das beflügelte den Bitcoin Ethereum Kurs natürlich massivst und selbstverständlich auch die traditionellen Märkte und löst jetzt wieder Spekulationen aus, wie der nächste Zinsschritt seitens der Federal Reserve sein wird. All das erwarte ich heute im Krypto Update, natürlich auch eine detaillierte, brandheiße Aktualanalyse hier zu Bitcoin und Ethereum, wie erwarte ich die nächsten Price Movements hier im Bitcoin Chart, sehen wir das Anlaufen unserer Ziellevel jetzt endlich mal final, das wird Thema des heutigen Videos sein und für alle diejenigen, die bis zum Ende dranbleiben, für die OGs dieser Community hier, habe ich eine kleine Anekdote zu unserem Pokalspiel gestern Abend, was uns den nächsten Schritt in Richtung DFB Pokal gebracht hat. Also bis zum Ende dranbleiben und natürlich, wenn du in Zukunft davon profitieren möchtest, von täglich brandaktuellen Analysen und natürlich auch Trade Setups, höchst profitabel, empfehle ich dir zu 100% das Abo da zu lassen, werde Teil der Krypto Wall Street Glocke zu aktivieren, auf alle Stellen, denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ein Video online geht. Und last but not least, einmal den Like Button smashen, denn dann können wir mit dem Content rein starten. Du hast es noch nicht gemacht, ich sehe es, smash den Like Button. Yes Sir, let's go. So, wir schauen uns an die letzten 24 Stunden, was ist passiert, wir sehen ein Increase, schöne grüne Zahlen mal wieder hier auf den Kryptomärkten von 6,53%. Marktkapitalisierung steht jetzt bei 1,16 Trillionen, Strickstrich Billionen US Dollar. Bitcoin steigt um 6,35%, Ethereum sogar um 11,24%. Diese Outperformance von Ethereum gegenüber Bitcoin schauen wir uns gleich nochmal im ETH BTC Chart an und natürlich werden auch die Altcoins mitgerissen, aber sehr, sehr interessant zu beobachten, Bitcoin pretty much mit Ethereum die Top Gainer, außer Solana mit 11,72% hier in der Top 10. Aber jetzt lasst uns definitiv direkt über den Bitcoin Chart sprechen, let's go. Und wir starten direkt rein mit der 4 Stunden Chart hier in Bitcoin. Falls du die übergeordnete Analyse noch nicht kennst, schau dir unbedingt noch einmal den Krypto Wochenausblick von Montag an. Folgendes Video für dich angeblendet oder eingeblendet, diesen Run darfst du nicht verpassen. Wir haben zurückgehobert den 200er SMA mit der Weekly Candle, Strickstrich diesen auch gehalten als Support bestätigt und jetzt kam das Follow-Through Movement und wir sehen aktuell, dass der Markt noch einmal kurz vor Announcement, vor Veröffentlichung der Inflationsdaten, noch einmal hier runtergesagt ist in unseren übergeordneten Wendebereich. Damit kurzzeitig auch noch einmal unterhalb des 200er SMAs in der Weekly gewickt ist. Ich zeige Ihnen oder zeige Ihnen euch kurz noch einmal diese Handelsspanne, da haben wir auch die letzten Tage und Wochen immer wieder darüber gesprochen, die es gilt zu brechen, entweder bärisch oder bullisch. Bärisch wäre natürlich der Bruch oder sage ich mal der Drop unterhalb des 200er SMAs natürlich gewesen. Jetzt soweit sieht das Ganze sehr, sehr positiv aus, dass wir diese 24.000 US-Dollar Marke endlich auch mit dieser Weekly Candle brechen können. Natürlich sind es noch drei Tage 16 Stunden, aber was haben wir ebenfalls gemacht Leute? Schauen wir uns hier mal den Daily an. Wir haben erst einmal wunderschön auch vom 21er SMA wieder gebounced und wir haben jetzt auch das erste Mal einen Daily Candle Close hier überhalb der letzten gesehen. Das heißt, das ist zum einen positiv zu bewerten und wir stehen jetzt auch gerade aktuell überhalb dieser Marke von 24.000 US-Dollar. Wir springen weiter tiefer in die Timeframes rein. Wir schauen uns den 4-Stunden-Chart an, denn auch hier testen wir jetzt gerade dieses letzte High an. Wir haben schon ein knappes Higher High hier in den Markt reingemeißelt, sind noch einmal kurz rejected worden. Doch wir haben ebenfalls intern jetzt wunderschöne Strukturen gebildet, die noch stabiler sind als die zuvor identifizierten. Wir hatten schon einmal über folgende Strukturen gesprochen, die der Markt noch einmal gebrochen hat und das Anlaufen des übergeordneten blauen Levels damit erreicht hat und somit noch einen tieferen Punkt B erzielt hat. Nach diesem Pump neue Strukturen hier in Gelb aktiviert Leute und diese können uns erst einmal zum nächsten Zwischenziel bringen, denn diese liegen bei 25.600 hoch bis 26.335 und damit können wir natürlich auch die nächsten Highs hier in den Markt reinmeißeln. Natürlich gilt weiterhin auch der übergeordnete Fahrplan Leute, strukturell haben wir genügend Potenzial aufgebaut innerhalb dieser Strukturen, dass wir hier die oberen Ziele erreichen dürfen und auch müssen aus bullischer Sicht, wenn nicht sogar eine leichte Überextension hinlegen können mittlerweile. Also 27.000 ist letzten Endes das Ziel meinerseits, 27.000 bis 28.000 US-Dollar. Was wir aber definitiv auf dem Schirm haben müssen, erstens aus struktureller Sicht und Potenzialsicht haben wir definitiv genügend Potenzial, dass der Markt einfach diese Preisbewegung jetzt in einem ausführt. Ist auch gewünscht, dass er es macht. Nichtsdestotrotz müssen wir den Märkten natürlich auch noch ein bisschen Luft geben. Wir können ihm aber auch wieder Luft nehmen. Wir möchten den Markt definitiv nicht mehr hier unten sehen. Wir fokussieren uns jetzt voll und ganz auf die gelben Strukturen intern und wenn es jetzt noch einmal zu einem Drop kommen sollte, ich rechne nicht damit, Potenzial ist da, dass wir durchschießen, darf der Markt noch diese Range hier von 23.664 US-Dollar runter bis 23.327 US-Dollar anlaufen. Ganz, ganz wichtig. Das müssen wir dem Markt noch hier an Luft geben, aber ich rechne damit, dass wir jetzt das Ding hier wirklich finishen und in 1 durchziehen. Springen wir rüber zu Ethereum, denn auch hier wurde der Markt massivst durch die Inflationszahlen beflügelt. Natürlich ist es nicht der einzige Faktor, der gerade Ethereum massivst Bitcoin outperformen lässt. Natürlich steht auch der Merch noch um die Ecke. 19. September ist es soweit der Switch von Proof-of-Work hin zum Proof-of-Stake-Konsensmechanismus und die Experten gehen auch davon aus, dass wir dadurch eine massive Verknappung der Ethereum-Bestände sehen, denn in Zukunft müssen die natürlich gestaked werden, in diesem Fall gelockt werden, um letzten Endes Transaktionen hier durchzuführen bzw. zu bestätigen. Und von daher sehen die Experten eine massive Verknappung. Das sehen wir auch im massiven Pump hier in Ethereum. Mit diesem letzten Price-Movement haben wir jetzt auch unsere Ziellevel überextendiert. 200er Ziellevel lag bei 1800. Wir standen jetzt kurzzeitig schon bei 1900 US-Dollar, sind bei 1885 aktuell. Und was wir oder alle hier verstehen müssen, ist folgendes, Leute, warum wir zum Beispiel nicht in eine Bewegung einsteigen, sondern immer mit der Korrektur. Denn rein theoretisch kann eine Sequenz bis ins Unendliche geführt werden. Wir müssen uns natürlich, sage ich mal, Sequenz-Ziellevel raussuchen, um Profite zu realisieren. Deswegen haben wir unsere Ziellevel, wo wir Profite realisieren. Ab und zu kann man diese Ziellevel auch shorten. Nichtsdestotrotz ist letzten Endes unser Valider Re-Entry-Bereich in diesem Fall ein Long-Entry mit der Korrektur. Selbstverständlich, sage ich auch weiterhin, strukturell haben wir das Ding hier massivst ausgeschöpft. Das Potenzial ist ausgeschöpft und deswegen müssen wir bereit sein, dass jederzeit eine Korrektur kommt. Und deshalb steigen wir hier oben nicht in irgendwelche Bewegungen ein. Nein, wir steigen mit der Korrektur ein. Und wenn die Korrektur kommt, dann sind wir da. Und mein nächstes Re-Entry hier in Ethereum liegt aktuell in der Range von 1.402 US-Dollar runter bis 1.228 US-Dollar. Schauen wir uns jetzt zum Abschluss auch nochmal den IFBTC-Chart, den US-Dollar-Token-Dominance-Chart und natürlich auch den DXY, den US-Dollar-Währungsindex an. Denn durch die Inflation, sinkende Inflation, hat der US-Dollar ein Beating erlebt. Aber wir starten mit IFBTC, denn auch hier, Leute, hat der Markt jetzt noch einmal ein Higher High in den Markt reingemeistert. Wir sehen hier wunderschön die Outperformance von Ethereum gegenüber Bitcoin, denn hier ist der Ethereum im Vergleich zum Bitcoin-Preis dargestellt. Und wir haben hier natürlich auch wunderschöne Gains schon mitnehmen können mit diesem Uprun mit unserem IFBTC-Swap an der Marke von 0,052. Ich habe meine Profite längst realisiert, also den Swap rückgängig gemacht, also meine Ethereum wieder in Bitcoin umgetauscht bei 31%. Aber an der Spitze, Leute, stehen wir hier aktuell bei 50%. Das ist massiv. Herzlichen Glückwunsch an jeden Einzelnen, der diesen Swap mitnehmen konnte. Aber der nächste Swap könnte auch schon zeitnah vor der Tür stehen. Was positiv zu bewerten ist, Leute, dass wir jetzt auch dieses Bären-Level in Orange gebrochen haben. Wir haben dieses Ziel-Level überextendiert. Zeigt nochmal die Power von Ethereum gegenüber Bitcoin an. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch damit rechnen. Haben wir darüber gesprochen, Potenzial in Ethereum ausgeschöpft versus Potenzial in Bitcoin noch nicht ausgeschöpft. Das jetzt in zeitnaher Zukunft jeder IFBTC-Chart erst einmal korrigieren darf. Definitiv. Auch hier das Potenzial ausgeschöpft. Diese Zusammenhänge passen wunderschön. Und sollte es zu dieser Korrektur kommen, Leute, sind wir ready für den nächsten IFBTC-Swap. Wird noch ein bisschen dauern, aber hey, jeder sollte das definitiv auf dem Schirm haben. Folgende Range bei 0,063667 runter bis 0,058752. Hier werde ich wieder einen Teil meiner Bitcoin in Ethereum umtauschen, um diesen nächsten Up-Run von Ethereum gegenüber Bitcoin mitzunehmen. Ganz wichtig, Leute, keine Anlageempfehlung hier auf diesem Kanal. Meine persönliche Trade-Idee, Trade-Erfahrung und was das SK-System mir hergibt. Springen wir jetzt aber auch nochmal rüber zum USDT-Dominance-Chart. Denn hier haben wir auch in der Vergangenheit wunderschön über diese bärischen Strukturen gesprochen. Und damit auch das Potenzial eines nächsten Up-Brands hier auf den Kryptomärkten identifiziert. Denn die Ziellevel liegen bei 4,12% und das würde natürlich bedeuten, dass weiter USDT in diesem Fall in andere Coins getauscht werden und somit natürlich eine weitere Beflügelung des Kryptomarktes mitzurechnen ist. Und natürlich auch mit den Inflationszahlen hat sich letzten Endes soweit erstmal der US-Dollar-Währungsindex verabschiedet. Das heißt verabschiedet, es kam zum massiven Drop. Positiv zu bewerten, wenn der US-Dollar schwächer wird, steigt natürlich Bitcoin, der im Vergleich zum US-Dollar bewertet ist. Positiv für uns zu bewerten hier auf dem Kryptomarkt die negative Korrelation zwischen dem USDT oder in diesem Fall US-Dollar-Währungsindex und Bitcoin. Haben wir ausführlich wieder darüber gesprochen, gehabt in den letzten Tagen und Wochen. Also wenn der US-Dollar-Währungsindex fällt, steigt Bitcoin. Wenn der US-Dollar-Währungsindex steigt, fällt Bitcoin. Sehr, sehr einfach diese Korrelation. Und hier haben wir definitiv auch weiteres Korrekturpotenzial im US-Dollar-Währungsindex. Nämlich erst einmal mindestens bis hin zur Marke von 98,812 runter bis 95,99. Was natürlich eine weitere Rallye hier auf den Märkten auslösen kann. Also Freunde, der Fahrplan sollte wieder crystal clear sein. Ich rechne weiterhin mit weiteren Zuwächsen, Gewinnen hier in den kommenden Tagen und Wochen. Hatten wir auch zuletzt im Krypto-Wochen-Ausblick so prognostiziert, dass die Wahrscheinlichkeit letzten Endes dafür höher stehen, noch solange wir diese Level halten, dass wir die nächsten Targets abarbeiten können. Ganz wichtig, das Video ist noch nicht zu Ende, aber falls es dir bis hierhin gefallen hat, würde ich mich mega darüber freuen, dass du einmal den Like-Button smashen. Falls du noch nicht Teil der Krypto Wallstreet bist, dass es einfach wirst, kannst du profitieren von täglich brandaktuellen Analysen und jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in den Trading-Tag starten. Und jetzt für alle, die noch dran sind, noch einmal die kurze Anekdote zum gestrigen Pokalspiel. Wir sind angereist nach Gifhorn, es ist das Achtelfinale unseres Pokals gewesen und wir haben soweit erstmal in der ersten Halbzeit wirklich verkackt, Leute. Wir sind in die Halbzeit reingegangen mit 2-0 Rückstand, doch dann gab es wirklich die Wende in der zweiten Halbzeit. Wir sind zurückgekommen, haben den Anschlusstreffer gemacht, 2-1 und wirklich in der letzten Minute der Nachspielzeit, 90. plus 5, das Spiel ging nur noch auf ein Tor, haben wir es geschafft, das 2-2 zu machen. Damit wirklich den Mentally Breakdown des Gegners erreicht, ihr hättet sie mal sehen sollen. Und dann ging es direkt im Elfmeterschießen, was haben wir gemacht? Wir haben die Jungs abgezogen und von daher, wir stehen im Viertelfinale unseres Pokals und sind damit einen Schritt näher in Richtung DFB-Pokal. Wir müssen das Viertelfinale noch gewinnen, das Halbfinale ziehen, wenn es Finale ein, beide Finalisten dürfen nächstes Jahr dann im DFB-Pokal mitspielen. Natürlich ist unser Ziel natürlich auch den Pokal zu gewinnen, also als erster diesen Pokal hier mit nach Hause zu nehmen. Aber ist natürlich auch nochmal ein Traum meinerseits, habe ich in meiner Fußballerkarriere noch nicht geschafft, im DFB-Pokal zu zocken. Und von daher wäre das natürlich noch einmal ein Traum, der in Erfüllung geht. Dafür werden wir weiter hart arbeiten, genauso wie wir weiter hart arbeiten hier auf der Kryptowallstreet. Vielen, vielen Dank für den stetigen Support, Leute. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Donnerstag noch, Freunde. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.